Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Rocket League. Heute spiele ich im Siegerteam. Was glaubst du? Ich gewinne Felix. Carsten strengst du dich mal ein bissel an. Weil mir lagts. Falls wir verlieren... Ja gut. Ja Carsten wenn es bei dir lagts lag, na? Bin ich dran schuld, dass wir auch verlieren. Falls ich mir verlieren, lesen die auch dran schuld, weil mir ist mal mir. Es gibt ja Biss, weißt du. Ah ne, das ist alleine vor dem Tor, das ist nicht gut. Aber ich denke mir, wir werden gewinnen. Carsten, warum warst du nicht im Tor? Weil ich da hinten war. Wann warst du nicht im Tor, hä? Weil ich... Auf Ball war... Einmal verweisen, muss man ins Tor gehen. Danke, Phil, das war sehr... das war sehr klug von dir. Das gilt auf deine Rechte. Warum auf meinen? Ich hab mich weggeräumt, das war ja hinten gewesen. Nee. Nene, ne, ne, ne. Na doch. Philipp. Oh, ich war da. Das ist ja im ÖV. Team kann man heute mehr. Ja, kann man ja heute. Philipp. Ich komme ja gar nicht vorwärts. Philipp rammt mich dauernd. Mich kann wieder geräumt, der Sack. Der kann man nicht spielen, ist das? Hä? Warum nicht? Weil du... Selbst dein eigenes Team kameran weggeräumt, verlierst du ja anbauen. Felix zu gar... Äh, äh, Leute umrammen. Warum brauchst du das nicht? Weil du nicht weggeräumt. Weil du... Weil du selbst dein eigenes Team kameran weggeräumt, verlierst du ja anbauen. Wer gut und böse ist. Wer gut und böse ist. Weil der Hexe ist immer ne böse. Und... Der Philipp... Der Philipp kann nichts durch einen guten Böser, durch einen Freund, einen Feind unterscheiden. Weil der Philipp noch nie einen Freund hatte. Nee, das ist zwar fies. Nimm's zurück. Ja... Du warst mich doch ganz schön beleidigt da, indem er passt auf, ne? Fülle, blötsch, Püppel. Alle Schwitze. Aber... Ich... Ich... Ich hab mal andere Sachen überleu gesagt, die ich eigentlich den Hellen nicht sagen soll. Also... Ja, sei's drum. Du... 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 Warum nicht so da noch ein dach? Hey! Da bin ich nämlich rumdrehen. Ach, scheiße, ne? Sehr schön kosten. Oh, das war sehr... Ah, kacke. Sehr schön. Sehr schön. Der ganze Zeit machst du ne Scheiß und jetzt auch schön. Ja. Ach, schlecht. 132. FPS oder was? Damisch! Nee, ping. Danke. Kette das war ich nicht Afford absolut Philipp sehr gut ja siehst du ich kann auch was ganz gar nichts die versteckte Verboten versteckte Schnee Herrgast mit zehn Punkten hab schon so wenig ich mach da dauert den Ball ich mach doch Ball Philipp wie bist du da mal her da Thorsten es wäre schön wenn du den da mal weggickst dann mach ich doch schon das kann doch Philipp zu früh köpfen er ist da boah jetzt wurde ich weggeschubst Thorsten das war schlecht das war schlecht das war schlecht Entschuldigung Entschuldigung Nein Okay ist okay Philipp Oh nein Oh nein Philipp necke überall hin Herrgast warum kannst du denn mal dein scheiß Recht in Gang bringen Du bist du denn der Rechner das ist das Internet Ja das ist aber dein scheiß Recht in Gang Bleibt Alter Felix Wir sind ja nicht beim Euro Truck Simulator Hab ich's noch nicht losgehen lassen Achso Komm nicht hoch genug Felix was soll das denn Oh Mann Was war was hier Hä Boah stopp ich's so laut machen Scheiße Ach der Felix hat mir schon mal dein Ball geklaut Uwe Ich wollte hier mal das Heft des Handels überlassen Also unser Tor Nein Was machst du nur Also ein klar Eindeutig ein Tor vom Karsten war das Also das ist Das kann nur ein Blinder nicht gesehen haben Und jetzt kommt der Karsten und haut ihn halt rein Boah Boah So gar nicht dein Tor wird Nein fast Sekunden Uwe ich will's ein Tor sehen Das schaffe ich nicht Der geht rein Ach Nein Ja Scheiße Karsten Kamst du mit mal ans Tor Ich bin doch schon da Nein Ach Felix Ja was ist denn doch Felix Ich bin doch schon da Sag da Uwe Ja Das Ding Oh Nachdem man das schafft er Schön reingedrippelt Wie soll ich dir das machen Erzähl mir das Guck mal wie soll ich das jetzt machen Du fahrst jetzt von links nach rechts Ja guck Was hab ich denn gemacht Guck Na nicht Er hat ihn ins Tor geschossen Ja nix Ich bin euren Herren dann angefahren Ja guck Ja guck Da bin ich wie das beste Mal im Team Spielmacher Habe ich Punkte bekommen Da hast du mich grad nochmal überholt wegen dem scheiß Tor jetzt Ja ja Wir haben das ja gemacht das Tor Ey das ist Arschloch Ich weiß Mal erst den Ballkontakt Das kriegt doch auch nix Ne So Letztes Spiel jetzt Rückmatch nochmal Orangisch Ach ne wir sind jetzt Orangisch Hä Wir müssen ins Blau gehen Jetzt sind wir Orangisch Philipp Jetzt machen wir es nochmal kalt Und dann haben wir bewiesen Dass alle Armen verlieren Ja Keine Dann liegt es auch nicht an mir Gesundheit Lea liegt es in der Nähe an dir Philipp Phil Phil hat bis jetzt das beste Spiel gemacht bei einem Alt-Port Ich wurde mit der Eisrott aufgefeiert Weil der hat schon mich schon rausgehalten Das ganze Geschichte Hat mich machen lassen Hat mich auch machen lassen Kann ich auch machen lassen Karsten Ne Ne lass mich so Never touch Rein insiste Läuft Ja Boah ich brauche ein Aggressionsball Unbedingt Aggressionsball Was ist der hier im Spiel? So entdrückt mich Dummy Ja irgendwas Und eine Voodoo Puppe mit Karsten seinem Gesicht Da hatten wir ihn an der Schule bei uns Das ist das Ding Weil er immer ganz mutig war Und ruhig knietet Und da hat er irgendwann das Ding mal geplatzt Und das hat schon noch mal einen weißen Wolken Das ist geil Ja wenn so ein Scheiß Ding platzt Ja und dann seitdem war es der Mähmeister Und so genannt hat er immer gehölt Hat er auch kein Beinmaß für die Aggression Also bitte Ole Danke Tor Tor Mittelfeld Was? Ich bin ein Mittelfeld Ass Juck Hast du mir nur auf die Straße geguckt, hä? Ja Nur zum Ball Wir haben nicht die Kamera reingestellt Habt ihr die Ballkamera aktiviert? Ja Ja Ganze Zeit Sonst komm ich nicht klar Ich weiß jetzt nicht, wie ich hinfahre Ach Ach Mann Ich treffe den Ball nie, wenn ich ihn treffen will Schon wieder Schon wieder Ich fahr einfach vorbei Als könnte ich nix anderes Äh das ist doch mich Als könnts nix anderes Was? Philipp jetzt drücken rein Was? Schade Kosta hat mich kaputt gemacht Miese Arsch war Was? Ja Ja Na 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 Oh Boah 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 Oh Boah Boah Nee Oah Boah Nee Boah Nee Erste Ballkontakt Na das war eine richtige vorgabe das war eine richtige vorgabe du gehst ran Philipp, hast du beigetakt, das ist deine ich weiß nicht, weil ich sage das Gesetz hier im Spiel, merkst du das? die ist auch tot oder fett oder droh ne? ja auch ne ganz du hast ne Tore gesorgt das hätte ich dir beigetroffen du willst nur rein drücken müssen, ich habe kein boost toll yeah jetzt hätte ich fast selber noch ein Tor geschossen Tor? Tor das war ja jetzt nicht so schwer für ein Alex ne das war die schönen letzten zwei Haarstreben ja da hätte er auch noch falsch ranfahren können, wenn er bald komplett andere Richtung fliegt ja 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 oh ne das ging schon los Tor Tor ein Torwart ich habe mich gerade noch zurückgelehnt ein Torwart und ich zerknall nach dem Alex, ne? wenn der Kost der fährt rum das hat aber losgefahren gewesen ich bin ohne losgefahren so spielt er mit toll so machen wir mal sowas jetzt, los oh schade ja, hab ich nach Ruhe weggestupst Kost, der fährt gleich gar nicht mehr mit wenn es so für Booty gäbe jetzt den meisten, bitte sag ruhig Kost, machst du überhaupt noch was oder hört man dich noch mal oder... ja, der ist eingedächt Kost, das ist besser als du, ne? ja, weil der eben Tor mir geklaut hat ne, sonst wird die anderen Söhne, ne? hättest du nur noch ein bisschen eisrott ne, ne, das ganze knicken sein Torwart geht er weg da? ach schade sehr gut gar nicht gut ja, ist er ja, ja, ist das am Tor natürlich her, was ist denn jetzt so in 19 Sekunden? er ist vorbei gehts jetzt noch weiter, oder was? er ist vorbei ho-verdient na ja, ist vorbei also festgestellt dass alle funktion können kann es ja was kann sein vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal